Ja, begrüßt Heidi Schellen. Ja, ich begrüße euch. Ich begrüße besonders meine Kollegen Bauern und Bäuerinnen aus dem Landkreis, vom BDM, von der ABL und alle weiteren natürlich auch. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch alle anderen Mitstreiter, denn nur wenn wir alle zusammenhalten, haben wir eine Chance gegen diese Freihandelsabkommen. Ich möchte heute erzählen, warum TTIP und warum große Freihandelszonen bäuerlicher Landwirtschaft schaden. Und damit meine ich die Landwirtschaft, die wir hier in Franken zum großen Teil noch sehen und haben, mit solchen Bauern, wie wir hier unten sehen, die einfach mal noch zwei Tiere mitbringen können aus ihrem Stahl. Diese bäuerliche Landwirtschaft ist aber existenzbedroht. Wenn man genauer hinschaut, wird sie immer weniger. Das erste Kapitel bei TTIP, das uns beschäftigt, ist die Angleichung der Qualitätsstandards hier und auf der anderen Seite des Ozeans. Wenn wir möglichst viele Bauernhöfe erhalten wollen, dann brauchen wir wieder mehr regionale, auch deutsche Verarbeitung und Vermarktung. Wir brauchen eine ordentliche Kennzeichnung der Produkte und die Möglichkeit der Bauern und der Lebensmittelverarbeiter mit den Besonderheiten ihres Produktes auch zu werben. Und natürlich die Verbraucher, die die Wahlmöglichkeit brauchen, entsprechende Produkte dann auch gezielt zu erwerben. Was wir nicht brauchen, ist eine Konformität aller Lebensmittel in der gesamten neu geschaffenen Freihandelszone, die nur dadurch vorgegaukelt wird, dass positive Aspekte wie zum Beispiel Regionalität oder eine besondere Herstellungsweise nicht erwähnt werden dürfen und unerwünschte Fakten, wie zum Beispiel der Einsatz von gentechnisch veränderten Mikroorganismen nicht gekennzeichnet werden muss. Erst letzte Woche hat Foodwatch bekannt gegeben, wie die EU-Kommission in vorauseilendem, gehorsamem Vorfeld der Freihandelsabkommen eine bessere Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln mit der Begründung gestoppt hat. Eine Pflichtkennzeichnung in Europa würde sich störend auf Handelsabkommen mit Drittländern auswirken. Also haben Sie das abgelehnt. Nächstes Thema, mittelständische Metzger und Schlachtbetriebe prangern an, dass chemische Desinfektionsverfahren, zum Beispiel Chlor in Schlachtbetrieben, wie sie in den USA erlaubt sind, gar nicht nötig sind, wenn man sein Handwerk versteht und sauber arbeitet. Diese chemischen Verfahren begünstigen einseitig industrielle Großbetriebe mit gigantischen Stückzahlen. Die Folge ist, die kleinen handwerklichen und mittelständischen Betriebe werden über billige Preise gnadenlos aus dem Markt verdrängt. Ich glaube nicht, was manche meiner resignierten Berufskollegen, die ich auch treffe, oft zu mir sagen mit hängenden Köpfen, die Verbraucher wollen doch immer nur das Billigste. Und ich möchte auch nicht, dass alle Initiativen der letzten Jahrzehnte für gesunde und regionale Lebensmittel, die ja auch mit unseren Steuergeldern und auch von staatlichen Initiativen begleitet wurden, dass das alles umsonst war. Wir haben in den letzten Jahren viel davon gehört aus dem Weltagrarbericht, dass für eine Sicherung der Welternährung auch in der Zukunft eine kleine, strukturierte Landwirtschaft und Landwirtschaft auf der ganzen Welt nötig und ausreichend ist. Wie das funktionieren kann, das zeigt sehr schön ein Film, der am Montag in einer Woche, am 5. Oktober hier im Schlosskino in Ansbach gezeigt wird. 10 Milliarden, ein neuer Film mit einem anschließenden Filmgespräch zwischen dem Bauernverband und der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft. Dazu lade ich Sie alle ganz herzlich ein und sagen Sie es weiter. Dort vorne liegen Programmzettel des BDMs aus. Dort ist dieser Termin auch noch einmal schriftlich vermerkt. Warum schadet TTIP bäuerlicher Landwirtschaft? Es gibt ein Thema, das heißt regulatorische Kooperation. Mein Kollege im Kreisrat, Uwe Schreiner, wird Ihnen das nachher noch ausführlich erklären. Es verbirgt sich dahinter, dass Konzerne bei Gesetzgebungsprozessen mitreden dürfen. Uns erinnert das natürlich ganz stark an die Machenschaften der Firma Monsanto. Schon seit Jahren haben die das gut begriffen, dieses Spiel, dass führende Manager nach Belieben in die FDA, die Gesundheitsbehörde der USA, wechseln und zurück und somit die Verordnungen und Regulatorien dort schon mitbestimmen. Ich weiß nicht, ob das in den USA schon legal und so immer eigentlich rechtens war. Aber das, was jetzt geplant ist für das neue Freihandelsabkommen, dort soll das rechtens und legal werden. Wir sagen dazu Nein. Nein, weil es wieder Großkonzernen zusätzliche Macht verschafft. Und Nein, weil damit ein elementarer Grundbaustein der Demokratie, nämlich die Gesetzgebung ausschließlich in der Hand gewählter Volksvertreter, auf dem Altar der Wirtschaft geopfert wird. Was bedeutet ein großer, großer Freihandelsmarkt auf der nördlichen Welthalbkube für bäuerliche Landwirtschaft? Werfen wir einen Blick auf das CETA-Abkommen, das schon fertig formuliert ist. Dort hat sich die EU die Hormonfreiheit bei Fleischimporten dadurch erkaufen müssen, dass sie einen enorm hohen Marktzugang im Sektor Fleisch zugestimmt hat. Bei Schweinefleisch soll das 16-fache der bisherigen zollfreien Menge, bei Rindfleisch das 12-fache der bisherigen zollfreien Menge zugelassen werden, bei wesentlich geringeren Produktionskosten. Natürlich, wenn wir jetzt hier mit den USA verhandeln, dann haben wir eine ganz andere Dimension. Die USA haben ungefähr zehnmal so viele Einwohner wie Kanada. Und die amerikanische Fleischindustrie hat bereits deutlich angekündigt, dass sie mit erheblich höheren Mengen auf den europäischen Markt kommen wollen, wenn wir weiterhin auf dem Standard hormonfreies Fleisch beharren möchten. Wie sieht es bei der Milch aus? Simulationen zu dem kommenden Handel, der auf uns zukommen wird, gehen davon aus, dass die EU 2,4 Milliarden US-Dollar mehr, also Milch mehr im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar mehr exportieren wird nach USA. Umgekehrt wird die USA zu uns mehr exportieren, 5,7 Milliarden US-Dollar. Sie können davon ausgehen, dass Studien uns das verkaufen werden, dass TTIP eine Umsatzsteigerung von über 8 Milliarden bringen wird. Mir stellt sich natürlich die Frage, was dieser Unsinn soll, solche Unmengen von frischen und leicht verderblichen Lebensmitteln über den Ozean hinüber und wieder zurück zu uns zu karren. Also mir erschließt sich der Sinn überhaupt nicht. Es ergibt keinen Sinn. Über die Auswirkungen auf den Milchpreis in diesem Moment wollen wir erstmal gar nicht reden. Interessant für mich war noch, die Lebensmittelkonzerne, die Verarbeiter und die Händler, rechnen sich in diesen Simulationen und Szenarien natürlich Umsatzsteigerungen und steigerte Gewinne aus. Die landwirtschaftliche Wertschöpfung, also das, was bei den Bauern dann zum Schluss bleibt, wird sinken. Alles in allem, wieder einmal profitieren große Unternehmen, weltweit operierende Konzerne. Umsatz und Wachstum ist das Mantra auch im Bereich Landwirtschaft, dem alle anderen Bedürfnisse untergeordnet werden. Und das ist das, was mich persönlich am meisten auf die Palme und auf die Straße bringt. Ist das eigentlich die Aufgabe von uns Politikern, von unseren Regierungen in Berlin und Brüssel? Ist es ihre Aufgabe, Großkonzerne in ihrem Ziel Gewinnmaximierung nach Kräften oder über ihre Kräfte hinaus zu unterstützen? Ist unser weltweit vorherrschendes Wirtschaftssystem den Global Playern nicht schon Unterstützung genug, weil es so gestrickt ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Nein, die Aufgabe der Volksvertreter wäre und ist es, Spielregeln für das Zusammenleben von Menschen, Spielregeln für gerechte Verteilung von Gütern, Spielregeln für die Einhaltung von Grund- und Menschenrechten zu sorgen. Weltweit haben wir die große Aufgabe, für die Erhaltung der Lebensgrundlagen für die Zukunft zu sorgen. Die Regierungen dieser Welt, und wenn sie es nicht machen, dann müssen wir alle zu Politikern auf der Straße werden. Wir müssen ein Gegengewicht bilden zu Neokapitalismus und Gewinnmaximierung. Wir können TTIP verhindern, wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir nicht lockerlassen. Das können wir übrigens von den Bauern lernen, die auch zur Zeit wieder unermüdlich Zeit und Schlepper und Herz einsetzen, um zu protestieren. Und wir müssen auch weitermachen. So oder so wird die andere Seite nicht lockerlassen und wir werden immer als Gegengewicht gebraucht werden. Und deshalb bitte ich Sie, weiter uns zu unterstützen, in zwei Wochen mit nach Berlin zu fahren und bei der Stange zu bleiben. Danke.